Fackst du hast die Waffe Onside! 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 Scheune! 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 Gut, dann Wermers halt nicht gewinnen, dann Wermers halt nicht gewinnen Ist mir halt auch egal, wenn die nicht mehr haben Bin ich jetzt, als ob jetzt auch viel Spaß Ja, hab auch keine Ahnung, hab auch keine Ahnung Jetzt auch klar, kein Bock mehr auf euch Bei einem Schrank kann man's halt auch nicht Na keine Ahnung, ich glaub das ist mein Nachbar Wissen jetzt, dass ich eine Scheune habe hier oben Ja, was aber Würdest du jemals gegen einen Hühner kämpfen? Wir brauchen noch Plus Eins dann Ja, Hula hat auch Plus Eins, würde schön Ich würde das mal verlieren, Mann Ok, noch ein Wunsch Ich hab Angst vor Hühner, kein Scheiß Ich weiß gar nichts Wäre der Schlau, wäre der CT entgegengepusht, aber das sind Bots. HALT DEIN BAUL! Der will mich naschen, oder was? Nicht mit Naso, Alter! So wird's gespielt. Jupp! 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 Du sah einen Connector! Okay, okay! Es ist nur ein Spiel! Jupp! Alter, was... What's doing? Das Lenkrad bitte in Kasse 2. Eika mit dem Plant hinterm Silo. 4 gegen 2 Retag. Das ist also für die Cetas mehr als noch machbar. Ja, du musst aufpassen, dass jetzt hier keine unnötigen Frags fällt, WMLN. Fängt an mit... Ah, du machst den zweiten klar und weißt natürlich jetzt... Wo Azeri kommt... Das ist auch bekannt. Oh, der macht den Knacken! Ohhhh, WMLN! Der macht das Ding klar! Kein Problem für ihn! Einfach mal 4 Frags in so einer Runde... Auf den eigenen Nacken! Der ist Kado. Oh, jetzt... Oh no! Wie? Ist noch ein bisschen leiser? Das hat nicht geschmolken. Ich... Ja, komm ich wusste ich! Hier ist abfügt. Alter, gelbe Rehe. Jetzt haben wir gut jetzt hier. Letztes mal runter! Ach, du hast dich gehe! Ja. Ja, ich weiß ja... Ja, ich weiß ja. Kahn ist richtig im Modus. Ja. Was? 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 Was hast du gebraucht? Was? Ey! Was? 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 Was?